hey leute eskaliert hier zurück mit einem neuen video es ist bonus booster drei sterne alle farben erlaubt wir gehen mal rein bei plus 48 angriff und den hat er an ok benachbarte und den stellter nehmen mondfalke ok 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 ganz außen aber björn mit 18 emblemen ist hier tatsächlich gefährlich was macht da war schaden was hat da war für talente ausweichen was macht melia schaden und den increase of damage wir brauchen gelb wir brauchen gelb wir brauchen auf jeden fall wir schauen system noch mal spielen gelb lila poppy ist noch nicht fertig mit poppy fertig machen wir spielen bain und spiel also wir haben kein heiler drin wir haben nur quasi ja was er mir da vorschlägt will ich nicht machen ich will lieber gucken ob hier noch lila kommen man die fette kombo reichen die drei steine die reichen nicht wir spielen zuerst geld er wird auslösen das kann ich nicht verhindern ich hole mir den gelben mal da hoch um zu gucken ob da noch was kommt da kommt nix also rein damit und schon ist vorbei oh je nein wir brauchen lila auch wenn das war die minions haben uns ein zug lang geschützt das ging schnell okay boni entferne boni entferne boni entferne boni entferne da muss was drin sein er ist hier negative statusänderung und er brandschaden brandschaden na da wollte man nicht hin wir wollten wir brauchen woher wir brauchen in 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 Ja, der ist noch nicht fertig. Wir machen es über puren Damage, oder? Aber wir sollten eigentlich... Roter Tank... Oh Mann, hey, komm, wir spielen zu. Auf geht's. Roter Diamant, den können wir eigentlich nicht brauchen, außer um das Bohrzauber zu machen. Aber wir haben eigentlich... ... 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 es gibt gar nicht echte leute leute bin ich schlecht ach komm ey, zuerst mit wo wir nehmen zwei heiler mit jetzt ok dann schauen wir mal zu viel rot ist das nicht aber wir können uns was bauen das ist schön das gelbe ich spiel den grün hier runter ich mache erst mal mein rotes match hier oben so ok der ist weg ich pop nur den weil ich nicht will dass da zu viel reingeht und jetzt müsst gut schaden weil er kommt jawohl der junge ist gold wert halo ist am start sehr schön eins wenigstens hat funktioniert ich versuche ja zu denken ich versuch's ja ich versuche ja nach das ist voll mit buffs das team ich bleib so ich mache die roten hier rüber weil da vielleicht ne nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut muss mich hier ein bisschen von teils befreien das ist ich mache die blauen weil dann habe ich hell doch tot nur noch die heile am start eigentlich kann rausgehen ja wir gehen raus ach mensch lila tank blau und gelb blau und gelb da ist blau und gelb ich spiele die grün hier rüber so habe ich hier noch gelb und blau okay das war natürlich glücklich so wir gehen auf die seite holen uns den gelben hier rüber wir wollen nicht dass der auslöst schieben die zusammen ein bisschen bewegung rein zu bringen und er klaut das mana und machen uns den blauen diamanten der helden ist schon ich wünsche euch gute steine und haut hier rein bis dann eskaliert geht nicht die geht nicht